Jo, hallo und willkommen wieder auf meinem Kanal incaf. Heute mal ein bisschen längeres Video, denn ihr hattet mich schon mal gefragt, wen ich denn eigentlich schon alles so abonniert habe, warum ich wen abonniert habe. Und heute geht es eigentlich mal damit los, dass ich euch mal zeige, wer alles bei mir in der Abo-Liste mit am Start ist und warum. Und ja, ich würde das eigentlich relativ kurz fassen, weil das sind über 90 YouTuber und ich denke, ich muss jetzt nicht zu jedem einen riesigen Text verfassen. Von daher beginnen wir da einfach mal ganz schnell. Und zwar haben wir Kenny K. ASMR, ist ein Typ, der sehr, sehr freundlich ist, der macht ASMR-Videos und auch Livestreams, ist damit auch ziemlich erfolgreich. Gerade auf YouTube hat er da immer über 1000 Zuschauer, das geht auch teilweise bis zu 2.000, 3.000 Zuschauer rauf, was echt krass ist für seine Größe. Ich meine, der hat immer noch weniger Abonnenten als ich, aber der überholt mich so langsam. Und das, obwohl ich schon über 80.000 Abonnenten hatte, da hatte er gerade mal 30.000 bis 40.000 Abonnenten. Ist eine gute Sache, muss ich sagen. Er ist sehr, sehr freundlich, sehr bodenständig, sehr cooler Typ. Und ich habe ihn auch auf der Gamescom getroffen und es war eine sehr, sehr geile Zeit. Also es hat mir riesig viel Spaß gemacht und eben sehr, sehr sympathischer Dude. Als nächstes kommen wir zu Two Borrowed Guys. Two Borrowed Guys, das sind die Jungs von Simplicissimus, die halt immer mal über irgendwelche Sachen reden. Ja, ich finde die Videos eigentlich ganz spannend, ganz cool, so wenn die halt auch mal Realtalk-mäßig ein bisschen was raushauen. Und trotzdem stecken in den Videos mehr Arbeit drin, als wahrscheinlich 99% von den YouTubern, die erfolgreich sind. Ja, also macht auf jeden Fall Spaß, sich auch die Videos anzugucken. Die reden halt straight up raus und das ist halt das, was mir gefällt. Also wenn ihr irgendwelche Realtalk-Sachen macht, gucke ich mir nur zu gerne an. Ich liebe Realtalks, muss ich einfach mal so sagen. Jetzt kommen wir hier zu 01099, keine Ahnung, 01099. Das ist so eine kleine Gruppe aus Dresden, glaube ich, die halt so Musikvideos machen. Ich finde das mega unterhaltsam, also die bringen so Videos und auch Lieder, das würde halt niemand machen. Ich meine, die haben ein Lied gemacht, das heißt Skür und das ist halt dieser Joghurt von Skür, also ganz wilde Sache. Okay, als nächstes haben wir ABK. Zu ABK muss ich, glaube ich, nicht viel sagen, ist ein sehr unterhaltsamer Kanal. Ich habe mir jetzt in letzter Zeit mega viele Videos von ihm angeschaut, muss ich auch mal so sagen, auch gerade in Streams. Aber manche Videos, jetzt auch so vom Titel, interessieren mich nicht ganz so krass. Aber er macht halt wirklich, man muss einfach sagen, dafür, dass er so drei, dafür, dass er eine Million Abonnenten hat und solche Titel wählt, die halt null Clickbait sind, die halt einfach so einen 10 Meter langen Text beinhalten, macht er halt übel krass Aufrufe. Das ist echt sick. Natürlich wird es auch ein bisschen von Unge gepusht, aber nichtsdestotrotz hatte er schon immer eine große Reichweite. Deswegen nehme ich das ja nicht als Argument, aber ist auf jeden Fall wild. Auch die Themen, wie er das macht, ist sehr unterhaltsam geschnitten. Ja, als nächstes, Adlers on Pictures, Adlers on Review, kann ich jetzt nicht weiter draufklicken, weil die Kanäle gibt es nicht mehr. Die sind ja alle gelöscht mittlerweile von YouTube, aber ansonsten stabiler Typ aus Sachsen. Dann kommen wir zu Affe mit Waffe, der macht halt so YouTube-Kacke, sehr sympathischer Typ, beziehungsweise macht er halt auch überkrasse Videos teilweise. Ey, der hat nach so einer GTA-Reihe gemacht, wirklich, also zu aufwendig sind diese Videos. Das ist halt geisteskrank. Also jeder, der ihn kennt, der weiß ganz genau, der hat es halt auch drauf, was die Videobearbeitung angeht. Grüße gehen raus auch an Affe mit Waffe, der war auch schon öfter mal in meinem Stream. Wir machen weiter mit Alexi Bexi. Ich glaube, das ist so damit der einzige Technik-YouTuber, den ich abonniert habe und wo ich auch manche Videos anschaue. Jetzt in letzter Zeit habe ich gar nicht mehr vorbeigeschaut, aber sobald ich irgendwas von Technik wissen will oder so, finde ich Alexi Bexi relativ gut, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich kenne mich nicht mit Technik zu krass aus, aber er hat es da drauf. Und er bringt halt auch eine krasse Qualität mit, also es fetzt schon. Ich kenne ja noch Felix Barr, habe ich auch eine Zeit lang angeguckt, aber keine Ahnung, das hat mich dann auch nicht so krass interessiert. Dann kommen wir zu Alpha Music Empire, das ist Label von Kollegah, brauche ich nicht vieles sagen. Kuss geht raus, ich liebe Kollegah, Realtalk jetzt. Okay, kommen wir zu Artikel 5, das ist sehr, sehr traurig, dass er keine Videos mehr macht, zumindest schon lange keine Videos mehr gemacht hat. Hier Madeira Tag und Nacht, vor 5 Monaten, vor 3 Monaten kam sein letztes Video, dafür, dass er eigentlich durchziehen wollte mit YouTube. Ist sehr, sehr schade, ich hatte ja damals ihn so ein bisschen mit vorangebracht, würde ich sagen. Also ich habe ihn damals erwähnt, da hat er noch 2000 Abonnenten dazu bekommen, dann hatte er diesen Hype durch das DSDS-Thema. Und jetzt macht er halt einfach fast gar nichts mehr, was ich sehr schade finde, obwohl er eigentlich das Potenzial hätte. Ich meine, das hat 33.000 Aufrufe hier, das hat 11.000 Aufrufe, das ist für seinen Kanal eigentlich mega gut. Der macht damit mehr Aufrufe als ich teilweise. Also es ist halt schon krass und ich verstehe einfach nicht, warum er da nichts durchzieht, das ist sehr schade. Verschwendetes Potenzial, muss ich sagen. Dann kommen wir zu Benjamin, Benjamin kenne ich noch von früher, sehr sympathischer Typ, muss ich sagen. Aber auch vor 5 Monaten ist jetzt das Video auch geladen, deswegen kann ich dazu jetzt nichts weiter sagen. Dann Baba Crocs hat, glaube ich, seinen Kanal mittlerweile hier aufgegeben und hat einen zweiten Kanal. Ja, seine Videos habe ich hin und wieder mal geschaut, gerade so wenn es um Meinungssachen geht, hier zu U mit Abi oder sowas, gucke ich mir das auf jeden Fall schon mal an. Ist ein sehr sympathischer Typ, ich gönne ihm auch den Erfolg, den er da auch teilweise hat, auch mit Livestreams. Bei dem läuft er relativ gut und ja, ist wirklich auch ein sympathischer Typ. Kommen wir weiter zu Badinger. Badinger, muss ich sagen, habe ich die ganzen letzten Videos nicht geschaut. Ich muss halt wirklich sagen, ich finde Badinger an sich in Ordnung, aber ich finde die Videos, die interessieren mich, also muss ich halt einfach sagen, die interessieren mich nicht wirklich. Also das ist so, das ist jetzt nichts, wo ich unbedingt draufklicken muss. Das ist nicht das, wo ich jetzt unbedingt instant draufklicken muss. Also der macht so sein Zeug, ich verstehe das mit diesen Covers nicht, also der macht halt so Musikvideos und covert die Musikvideos mit seinem eigenen Stil. Er singt nicht selber, sondern er lässt die Musik von Sierra Kitt dann laufen. Ich meine, so kannst du halt Videobearbeitung lernen, das finde ich halt ganz geil, aber ansonsten, das interessiert mich halt eher weniger, genauso wie auch viele andere Themen, muss ich halt wirklich sagen. Kommen wir weiter zu Baku. Baku ist ein sehr stabiler Meinungsblogger, gefällt mir, ich gucke mir all seine Videos an. Hier ist kein roter Balken, doch, hier ist ein roter Balken. Das habe ich mir noch nicht angeguckt, wollte ich eigentlich noch auf YouTube machen, auf Twitch machen. Das werden wir uns dann später noch reinziehen, kann ich eigentlich direkt mal hier in diese Liste reintun. Stream-Liste, let's go. Ja, also sehr, sehr geiler YouTuber, macht mega guten Content. Ich meine, wie krass ist das bitte, dass du 2200 Aufrufe hast und eine Bewertung von 100%. Also wirklich 100% haben geliked. Es gibt ja wahrscheinlich keinen Dislike, das ist so insane. Guckt euch da, na gut, auch zwei Dislikes, aber das zeigt es dann nicht richtig an. Also bei Baku sind auch die Bewertungen so heftig krass. Ich gönne ihm das mega und für mich hat er sogar noch mehr Reichweite verdient, weil der halt wirklich eine wahnsinnige Qualität mitbringt, gut recherchierte Videos macht und ja, also der verbessert sich auch von Video zu Video und es gefällt mir halt mega. Sehr, sehr korrekter Typ. Machen wir weiter mit Banani. Banani auch sehr stabiler Typ, also sehr freundlich, sympathisch. Der hat damals, ey, übel durchgezogen mit YouTube. Ich muss auch sagen, dass er halt übelst das Potenzial hat und traurigerweise keine Videos mehr macht, zumindest sehr selten Videos macht. Hätte er, würde er wirklich dauerhaft durchziehen, hätte weiter solche Basic Bitches, Basic Bitches Formate und so weiter gemacht oder irgendwas in dem Stil. Ey, der Kanal hätte jetzt über 100.000 Abonnenten, kann ich mir zumindest vorstellen. Finde ich ein bisschen schade, dass er das Potenzial hat liegen lassen, aber vielleicht kommt er da auch nochmal, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ist ein sehr cooler Typ. Er hat sich auch dann mehr aufs Livestream und auf Sarah konzentriert. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie es da jetzt mittlerweile bei ihm läuft, aber da lief es am Anfang richtig gut, aber mittlerweile, da er halt auch so inaktiv ist, hat er auch deutlich weniger Zuschauer mittlerweile. Ja, also da hängt halt schon ein ziemlicher Randenschwanz dahinter. Okay, kommen wir zu Boss Explosive. Der hat immer so Videos gemacht, hier, die schlechtesten Deutschrap Lines, allein dafür. Alter, das ist so geil, ne? Also es macht so viel Spaß, die Scheiße sich reinzuziehen. Feier ich das ja tausends ab. Okay, dann kommen wir zu Cringestuff. Der macht ja auch keine, also ich habe nur Leute abonniert, die keine Videos mehr machen. Seit drei Monaten kein Video mehr gebracht. Das Video finde ich ja sehr, sehr stabil zu Mustard. Generell, seine Videos sind sehr gut aufbearbeitet, beziehungsweise auch sehr gut geschnitten. Kann man wirklich nichts sagen. Auch wenn die ja natürlich auch auf AlphaCamp eingegangen sind und mich dort beleidigt haben und was weiß ich. Fand ich aber relativ amüsant. Wobei, das war damals noch zu der Zeit, das war eigentlich einfach nur noch Cringe. Aber ich fand die Videos dann ziemlich, also ich muss sagen, wirklich von der Bearbeitung her, wirklich gut von Cringestuff. Naja, er würde auch deutlich mehr Reichweite haben, wenn er da mal durchziehen würde. Aber macht er halt nicht, ne? Traurige Sache. Dann kommen wir zu Sarah. Sarah muss ich sagen, wenn sie Reaction-Zeug macht oder so, gucke ich mir die Videos nicht an. Wenn sie irgendwelche Sachen macht, zum Beispiel auch mit Banani oder mit Firegarten oder sonst irgendwie. Alter, ich gucke mir das so gern an, ne? Also es ist halt auch, warte mal, irgendein Video, ne? Ich habe mich so zereiert, wirklich. Es war so unfassbar lustig und zwar, ich glaube, so sind wir zusammengekommen. Ich glaube, das war das Video, so sind wir zusammengekommen. Das war so lustig oder soft oder voller Einsat. Es war so lustig, wirklich. Ich habe selten so ein lustiges Video gesehen, wo ich darauf reagiert habe. Ja, genau, das war das Video. Es war so geil, wirklich, weil es auch teilweise, ey, so aber auf einer positiven Art und Weise Cringe war. Das ist zu nice. Dann kommen wir zum Ehren-Ingo. Den, also Danny Phantom mit ihm, den kenne ich schon so lange mittlerweile. Wir haben auch damals viel zusammen gemacht, viel Fortnite gestreamt oder beziehungsweise gezockt, obwohl ich kaum Fortnite zocke. Aber sobald ich mal Fortnite gezockt habe, dann war es mit ihm. Ey, wir haben nur scheiße gelabert und er streamt momentan auch sehr regelmäßig auf Twitch. Den hosten wir und raten wir auch gerne mal. Ist ein mega geiler Typ und ja, Kuss geht raus einfach an ihn. Ich meine, guck mal hier, warum Alpha Kevin ein Ehrenmann ist. Er hat sogar mal ein Video gemacht über mich. Sehr stark. Ja, dann habe ich DaVinci und DaVinci Talks abonniert. Bei dem Kanal DaVinci weiß ich nicht, ob ich ihn bald deabonnieren werde. Weil es bringt halt einfach, also das Ding ist halt, ich verstehe ihn einfach nicht so. Er bringt halt einfach keine Qualität rein, obwohl er gesagt hat, dass er sich jetzt was ändern will. Wir können auch einfach mal ganz kurz gucken. Auf Social Blade mich wundert nämlich ein was. Und zwar bekommt gerade DaVinci hunderte Abonnenten. Also er hat gerade 100 Abonnenten, 200 Abonnenten, 300, also 400 Abonnenten hier in den drei Tagen bekommen. Und hier steht er bei 50.700. Mittlerweile hat er einfach 50.800 Abonnenten. Und das, obwohl seine Zahlen gleichbleibend schlecht sind. Du kannst mir nicht erzählen, dass er 500 Abonnenten bekommen hat, innerhalb von drei bis vier Tagen, obwohl er kein Video rausgehauen hat. Kannst du mir im Prinzip nicht erzählen. Also keine Ahnung, was da los ist. Aber ich möchte jetzt niemanden verantwortlich machen, dass hier irgendwas gebotet ist. Also das dazu. Kann auch sein, dass er jetzt wieder seine Abonnenten dazu bekommt, die vielleicht irgendwann mal gelöscht wurden von YouTube. Das weiß man ja nicht. Oder er wurde von jemand anderem gebotet. Keine Ahnung. Aber auch die Bewertungen, die sprechen auch teilweise Bände. 34% bei dem Video, 63% bei dem Video. Ist halt scheinbar nicht so gut. Und das hier, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das Knossi-Video war echt schlecht. Ist halt einfach so. Ja, trotzdem. Ich habe ihn eigentlich auf abonniert gelassen, weil ich die Entwicklung mir angucken möchte, wie es bei ihm weitergeht. Mache ich eigentlich schon die ganze Zeit. Also ich habe ihn das ganze Jahr abonniert gelassen, weil ich mir dachte, ja, er entwickelt sich dann weiter. Dann kann ich mal gucken, wie es dann ausschaut. Aber er entwickelt sich halt einfach wirklich nicht weiter. Das ist ja schade. Da Vinci Talks ist so sein Real-Talk-Channel, wie das bei mir halt hier auf Incaf ist. Ja, ich finde halt manche Videos ganz nice, also beziehungsweise interessant, sich anzuschauen. Gerade wenn er auf Kritik eingeht, finde ich das immer ganz cool, weil Da Vinci stellt sich ja jetzt nicht so extrem oft Kritik. Und ja, da bin ich gerne am Start. Ansonsten jetzt hier das ganze Zeug, das habe ich mir nicht angeguckt. Eigentlich habe ich mir auch nicht das angeguckt. Da bin ich bestimmt mal außerdem draufgekommen. Ja, also ich bin jetzt hier auch nicht wirklich aktiv. Ja, The Zone macht halt Fußball-Videos, brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Dallin Dusk habe ich noch von früher abonniert, war auch ein sympathischer Typ. Hat halt auch, glaube ich, viel mit Banani, ich weiß gar nicht, ob er mit Banani einiges gemacht hat. Aber ja, er hat halt auch viel Videos gemacht, die halt auch ganz gut aufwendig waren. Auch den Stil von Nebelnig oder Knuspertoast hat es so ein bisschen gehabt. Und solche Videos feiere ich auch. Ja, die Crew, ich gucke mir halt manchmal diese Monte-Sachen an, gerade wenn er Real-Talk macht. Aber jetzt so Unboxing oder so interessiert mich halt einfach nicht. So, das habe ich mir auch nicht angeguckt. Ich habe mir generell jetzt die letzten Videos nicht angeguckt. Aber es gab auch Zeiten, da habe ich mir ziemlich häufig dann die Videos angeguckt. Aber es ist ein geiler Typ, die Crew. Kuss geht raus auch an dich, falls du sehen solltest. Immer mal im Stream am Start, ne, beiläufig. Also, Ehrenmann, muss man einfach wirklich so sagen. Kommen wir jetzt zu Tüten mit Maske. Ja, gucke ich mir halt jedes Video an. Ist ein stabiler Typ. Videos machen Spaß. Hat jetzt auch mittlerweile schon 4.600 Abonnenten. Also läuft bei ihm definitiv. Seine Aufrufzahlen sind echt wieder stabil. Ich bin froh, dass er doch wieder so weit zurückgerudert ist, dass er vielleicht nicht mehr komplett diese Reaction-Sachen macht. Weil ich glaube, das passt tatsächlich auf dem Hauptkanal nicht wirklich. Das sollte man dann fast schon lieber auf dem zweiten Kanal machen. Ganz am Anfang fand ich das als gute Abwechslung. Aber es wird dann halt einfach zu viel. Und man merkt dann halt auch einfach, auch wenn da Arbeit drin steckt, ist es halt einfach nicht das, was ein Meinungsblock eigentlich beinhalten sollte. Weil da ist halt keine Recherche dabei, sondern da redet man halt einfach frei Schnauze hin. Okay, Execute macht ganz gute Musik. Für Gamer sozusagen. Kann man sich definitiv gut reinziehen. Ich habe da auch schon viele Musiktracks mir angehört. Ich bin jetzt aber nicht so der übelste Suchti von Execute. Viele Leute, die feiern den ja das Jahrtausendst ab. Bin ich jetzt nicht so, aber er ist ein cooler Typ, denke ich mal. Der war glaube ich auch schon mal bei mir in einem Livestream auf YouTube damals am Start. Okay, hier Dehner, muss ich sagen, gucke ich mir halt wirklich fast gar nicht an, wenn es hier um solche Autos geht. Ich gucke mir nur mal Videos an, wenn es mich wirklich krass interessiert. Zum Beispiel, ich hatte hier mal ein Video gemacht, einen Tag als Immobilienmakler. Fand ich zum Beispiel, war eine interessante Idee, gerade wenn er so in Berufe reinschnuppert. Ja, das hat mich schon interessiert und deswegen gucke ich da auch ab und zu mal vorbei. Oder hier einen Tag als Landschaftsgärtner war auch ganz interessant mal zu sehen, was sie eigentlich so für Aufgaben haben. Also sehr wissensvermittelnder Kanal. Ja, Firecoden ist halt nicht weiter aktiv, finde ich schade. Mittlerweile rutscht er bald auf die 199.000 Abonnenten runter. Ich sage mal, so in der Woche dürfte es dann soweit sein, dass er nicht mehr 200.000 Abonnenten hat. Ja, die Bewertungen sprechen halt auch schon wieder Bände irgendwo, weil seine Videos dann halt schon nicht mehr so gut waren. Also muss man einfach so sagen. Mit dem Video, muss ich sagen, dieses Ich-Gebe-Auf fand ich eigentlich relativ gut, das Video. Oder war das das, wo er wieder neu angefangen hat? Ja, ich glaube, das war das, wo er wieder neu angefangen hat. Das fand ich echt gut, das Video. Auch das Video war jetzt nicht so schlecht. Aber dann halt, also das Video ist halt übel-Trash mit CEO. Da reden die über irgendwelche Handy-Games. Und es, ja, es ist einfach nur sinnlos, so das Video. Keine Ahnung, es hat null Mehrwert geboten, nicht mal unterhalten fast. Ja, dann halt noch ein bisschen was mit Jo-Oli. Und Abge fand ich halt über-Cringe. Auch teilweise wie, alter, ey, wirklich, sorry, aber würde ich niemals... Also, nee, bei Abge, sorry, tut mir leid. Aber da muss ich komplett los. Okay, dann Gaffi schaue ich mir auch gerne mal die Videos an. Ist ja ein aufwendiger Kanal. Ja, aufgrund von den aufwendigen Videos kommt halt auch nur im Monat einmal ein Video wahrscheinlich. Aber ihr seht es schon an den Bewertungen hier. 100%, 100%, 100% Likes. Das ist halt unglaublich viel, ne? Also, es ist halt wirklich, das ist halt... Das ist halt insane, diese Zahlen. Und, ja, gibt sich auch viel Mühe. Kann man sich echt gut geben. Ja, Galileo, der macht auch YouTube-Kacke. Was soll man dazu sagen, ne? Kann man empfehlen für YouTube-Kacke. Ich habe mir jetzt die letzten YouTube-Kacke-Videos nicht angeguckt, weil es halt manchmal auch einfach nur unlustig ist. Ich finde momentan diese YouTube-Kacke von Hungriger Hugo zum Beispiel mega lustig mit Monte. Gerade wenn es da so YouTube-bezogen ist, ist mega lustig. Gold Deutschland ist, glaube ich, sowas wie The Zone. Gravity AVA, das ist mein alter Kanal. Da habe ich damals... Das war mein erster Kanal, den ich jemals erstellt habe. Hier, vor fünf Jahren. Alter, das hat auch richtig gute Bewertungen. Hier 100%, ne, hier aber 70%. Warte, und hier einfach 58%, 56%. Ja, hier habe ich mich bloß mal mit Sony Vegas ausprobiert, weil ich hatte davon noch gar keine Ahnung. Das war das erste Mal, dass ich mit Sony Vegas hantiert habe. Und dann habe ich hier so Gaming-Videos gemacht, aber auch bloß so ganz kurze, ne? So, ey, es waren Zeiten, Leute, sage ich euch so, wie es ist. Wahnsinn. Ja, Gute-Laune-Typ habe ich damals auf der Gamescom kennengelernt. Dann habe ich ihn abonniert. Das ist ein sehr freundlicher Typ. Der macht halt viel mit Nintendo. Bei dem, muss ich auch sagen, für seine Kanalgröße geht das echt fit. Die Aufrufzahlen teilweise hier fast 10.000 Aufrufe, ist echt gut. Sehr sympathischer Typ, kann man sich auf jeden Fall geben. Gucke ich mir auch ab und zu mal an, auch mal so einen Livestream. Jetzt nicht so oft, aber ab und zu. Ja, hier an Newstime habe ich abonniert, weil ich ihn abonniert habe, aber sonst auch nicht. Ich gucke mir zwar das ein oder andere Video an, einfach wegen der News, aber also die Videos bieten mir jetzt mal so eine Information, aber das war es dann halt auch. Also da geht halt nicht ausführlich auf irgendwas ein. Ja, hungriger Hugo, der hat mich tatsächlich heute komischerweise auf Instagram angeschrieben. Vielleicht kann ich ja lutschen, damit er ein Video über mich macht, Kappa. Ne, aber keine Ahnung, was er von mir will. Der hatte irgendwie noch eine Frage gehabt. Aber es, ja, keine Ahnung. Ich halte euch auf dem laufenden Livestream, was er dann eigentlich von mir wollte. Er hat mir noch nicht zurückgeschrieben. Ja, seine YouTube-Kacke ist halt mega lustig, muss man einfach so sagen. Also die Videos, die habe ich mir auch alle angeguckt. Das hier muss ich mir tatsächlich noch angucken und das hier, den Rest habe ich mir auch schon angeguckt. Ne, ist wirklich echt lustig. Also bei dem, das gönnt ihr, der gönne ich mir wirklich jedes Video. Das ist wirklich ein geiler YouTube-Kacke-Kanal, muss man wirklich so sagen. Okay, Hyperbowl muss ich sagen, ey, gucke ich mir auch jedes Video an. Alles ist mega spannend, außer das mit dem Bauchredner. Sowas finde ich an sich schon nicht spannend. Aber sonst alles gucke ich mir an. Richtig geiler Kanal. Das Konzept ist zu wild. Für die Aufklärung zu wild. Dann kommen wir zu Hashtag, geiler Typ. Auch auf der Gamescom, uns das erste Mal gesehen. Er macht aber auch keine Videos mehr. Muss ich aber sagen, ein ganz wilder Mensch. Ganz, ganz wilder Mensch. Kann ich euch auch nur empfehlen, wenn es um Sympathie-Punkte geht. I-Bloody-Reactions gucke ich mir eher selten an. Außer es kommt mal zu einem Thema, was ich jetzt so krass finde. Oder es geht mal zur Meinungsblogger-Szene, wo ich mir auf jeden Fall die Videos angucken werde. Wenn, dann bin ich eher bei Vic am Start. Ja, i-Kuchen gucke ich mir momentan echt extrem häufig an. Macht einfach Spaß, sich i-Kuchen-Videos anzuschauen. Wenn, währenddessen man frühstückt oder Abendbrot isst oder was weiß ich. Das macht halt schon Bock. Deswegen, ich bin auf Realtalk-Videos, bin ich übel fixiert. Mir macht das richtig viel Spaß. Und ja, momentan gucke ich auch ehrlich gesagt in meiner Freizeit fast nur Dokumentationen an. Oder halt wirklich so Realtalk-Videos an. Ja, dann habe ich noch Inkev abonniert. Ist auf jeden Fall sehr stabil. Inscope habe ich abonniert. Gucke ich aber tatsächlich kein einziges Video mittlerweile. Wann habe ich denn das jetzt mal? Hier, Mittelscheitel. Aber da habe ich bloß draufgeklickt und dann habe ich es wieder gelassen. Ich war damals echt ein Fanboy von Inscope. Also ganz, ganz früher. Es ist schon, ey, es ist wirklich schon sechs, sieben Jahre her. Habe ich ihn wirklich gefeiert. Aber mittlerweile, muss ich euch wirklich sagen, gucke ich ihn halt gar nicht mehr an. Weil, seit, ey, ich weiß auch nicht. Ey, der ist vielleicht ein sympathischer Typ, ein aufgedrehter Typ. Aber ist gar nichts mehr für mich. Also, vielleicht müsste ich auch einfach mal wieder reinschauen. Vielleicht liegt es einfach mal daran, dass ich mal wieder reinschauen muss. Okay, Aolic, cooler Typ. Macht hier keine Videos mehr. Aber hier, wir hatten damals so zu Reign Reserve viel Zeug gesagt. Oder zu anderen YouTubern davon. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch mal was zu machen. Sehr cooler Typ. Auch auf der Gamescom getroffen. Ehre. J.F. Kennedy macht auch keine Videos. Warum habe ich eigentlich so viele YouTuber abonniert, die keine Videos machen? Seit drei Monaten auch inaktiv. Aber geiler Typ. Just Nero ist endlich mal ein aktiver YouTuber, den ich auch tatsächlich schaue. Wir schauen uns alle Videos soweit an. Außer hier die Taz habe ich tatsächlich, also die THZ, habe ich nicht angeschaut. Aber sonst schauen wir uns halt jedes Video an. Wurde ich sagen, hat zu Recht auch viel Reichweite. Auch das mit Zymax, gutes Video auf jeden Fall. Eine gute Zusammenfassung. 240.000 Abonnenten finde ich auch verdient. Und ist auch verdienterweise Platz zwei in der Meinungsblogger-Szene. Kann man sich echt gut geben. Und er sticht halt auch heraus mit dem, wie er das macht. Also, dass er viel auf Informationen geht und nicht auf Unterhaltung, sage ich mal. Ich bin ja eher der Typ, der nicht so überkrass auf Informationen geht, sondern halt auch mehr auf Unterhaltung geht, damit das Video mehr aufgelockert wird. Ja, dann haben wir noch Jay, der hat knapp 60.000 Abonnenten. Seine Abonnentenzahl, die stagniert, obwohl er eigentlich relativ viele Aufrufe bekommt. Ich meine, guckt euch das mal an. Er hat ja einmal 14.000, 12.000, 14.000 Aufrufe bei einem Kanal mit 60.000 Abonnenten. Das ist echt mega gut. Bei ihm liest er auch schon mal schlechter, aber mittlerweile läuft es echt wieder stabil. Gönne ich ihm auch und seine YouTube-Livestreams ohne Scheiß. Also, der wird so krass supported. Ich gucke eigentlich fast immer bei ihm mal in den Livestream rein und dann sehe ich schon, dass er innerhalb der ersten fünf Minuten, ey, Donations bekommt. Da wird er schon übel. Also, mindestens 40, 50 Euro teilweise. Das ist krass. Und dann über den ganzen Livestream, ey, was weiß ich, wirklich? Also, da kann selbst ich noch staunen, ne? Also, da kann er nicht mal Alexi Orse mithalten, der mir einfach in den letzten zwei Livestreams 112 Abonnenten gespendet hat. Das ist so krass. Okay, kommen wir weiter zu Kegi. Kegi. Kegi ist ein Kanal, der ist inaktiv. Nice. Schon seit einem Jahr. Erstmal deabonnieren. Muss ich auch sagen, ich habe ihn damals mal auf Twitch eine Donation da gelassen. Er hat sich nicht mal bedankt, obwohl er wirklich nicht viele Donations zu der Zeit bekommen hat. Und da fand ich ihn mega unsympathisch. Ansonsten, seine Videos finde ich eigentlich mega gut. Aber wie gesagt, wenn da nichts kommt, dann habe ich auch keine Lust, da irgendwas zu abonnieren. Kein Konzept ist ein YouTuber, der mittlerweile irgendwelche anderen YouTuber durch Ausschnitte hops nimmt. Feiere ich übrigens. Deswegen, gönnt euch kein Konzept. Abonniert ihn. Er hat 44.000 Abonnenten. Völlig zu Recht. Stabiler Typ. Kevin183 kenne ich noch von ganz, ganz früher. Also, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Aber der hat auch in meinen YouTube-Livestreams war er öfter mit am Start. Der hat mich auch schon früh abonniert. Und dann ist sein Kanal einfach größer geworden als mein Kanal. Das ist absolut wild, weil er halt so Lego-Waffen gebaut hat. Also, bei dem läuft halt auch mega. Der macht halt hier Millionen von Aufrufen teilweise auf ein paar Videos. Und das summiert sich dann natürlich auch. Und gerade wenn deine Videos ein bisschen länger sind, dann kann der auch gut davon leben. Der hatte Monate, da hat er Millionen von Aufrufen im Monat gemacht, weil die Videos nach und nach halt krass geklickt werden. Also, ich glaube, besser kann es eigentlich nicht gehen. Ja, Casterstyle macht ja auch die Thumbnails von Kuhn.dv. Und er hat halt auch solche Videos gemacht oder macht solche Videos mit Eric Cartman, weil er die Stimme direkt imitieren kann. Absolut wild. Hab auch schon seit drei Monaten kein Video mehr gemacht. Irgendwann deabonniere ich dich. Du passt dort. Nimm Spaß. Clotube ist ein Kanal, was wirklich, also das zeigt mir halt auch immer wieder auf, dass ich halt wirklich sehr schlau bin. Denn vieles wusste ich auch schon. Also, die nehmen halt auch einfach so immer diese Namen hops. Also, bei das Mammut oder die Schildkröte, dann erfinden die irgendwelche Namen, was es halt noch so gibt. Der Geier, keine Ahnung, was man dazu sagen kann. Das sind alles so Videos, wo man wirklich, wo man sich wirklich auch teilweise schlapplachen kann. Also, bitte, wenn ihr irgendwie Biologie habt und die Lehrerin sagt, schlag mal bitte ein Video vor, was für die Biologie dient, dann bitte schlagt sowas vor, weil dann kackt ihr euch auf jeden Fall ein. Das sage ich euch so, wie es ist. Das ist einfach nur unglaublich stumpf und ziemlich lustig. Ja, Knossi hat vor kurzem erst die eine Million Abonnenten geknackt. Knossi, muss ich sagen, ich gönne ihm das schon. Aber mittlerweile ist es mir halt zu aufgedreht, dass ich mir das anschauen muss. Also, zumindest auch diese Casino-Sachen. Boah, also mittlerweile, also ich habe hier alles so weit angeguckt. Mich hat das Angelcamp dann auch interessiert im Nachhinein. Aber mittlerweile Casino oder so habe ich keine Lust mehr wirklich drauf, ne? Also, irgendwie, da, keine Ahnung. Liegt doch einfach daran, dass ich selber auch nichts mehr mit Casino am Hut haben möchte. Ja, Kollegah, möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ist ein geiler Typ, ich liebe den Typ. Kreativecke gucke ich mir halt wirklich momentan auch gar keine Videos an. Aber ich finde es so vom Technikkanal her so einer der Besten. Muss man einfach so sagen. Sehr cooler Kanal. Und zu Recht auch fast 300.000 Abonnenten. Bei dem läuft das schon ganz gut. Sehr Technik. Und die Aufrufzahlen sind schon stabil. Dann haben wir KuhnDV. Ja, zu KuhnDV kann ich nur sagen. Gucke ich mir auch mal am Tag jedes Video an. Seine Videos sind an sich stabil. Also es kommt immer mal drauf an, wie zum Beispiel hier. Das war halt jetzt, also ich muss sagen, bei YourOli, das war halt schon ein ziemlicher Push für YourOli. Klar, bringt das auch in KuhnDV weiter, weil er damit wahrscheinlich auch relativ Reichweite bekommen wird. Bei 240.000 Aufrufen wird er auch den einen oder anderen Abonnenten dazu bekommen haben. Man muss aber sagen, es ist halt ein reinster Push für YourOli. Weil jeder war danach eigentlich gespannt. Und ich war auch gespannt, was YourOli sonst noch so auf Spotify so geprüft hat. Oder wie seine Lieder so waren. Also ich gehe schon davon aus, dass 10.000 der Leute nach dem Video zu YourOli gegangen sind und haben sich die Lieder reingezogen. Was jetzt natürlich nicht unbedingt das Beste ist. Ich muss halt wirklich so sagen. Ja, KuhnDV Uncut gucke ich mir auch ganz gerne an. Liegt halt einfach daran, dass ich an seinen Meinungen, an Videos auch von mir interessiert bin. Mittlerweile gar nicht mehr so oft. Also ich gucke mir schon ziemlich oft seine Reactions an. Aber meistens eher so zur Meinungsblocker-Szene. Wie z.B. hier habe ich mir jetzt nichts weiter angeguckt. Hier hat er auf mein Video weiter reagiert. Fand ich ganz cool. Ja, aber sonst eher nur da, wo es mich halt wirklich interessiert. Light Eye Beats, die machen ganz gute... Also ich gehe jetzt einfach mal nur ganz kurz durch und erzähle was kurz dazu. Light Eye Beats, das sind halt so Musikproduzenten, das ist wie so ein Label, aber die machen das halt nur für sich auf ihrem Kanal. Machen geile Beats. M ist Markus, ist ein Supporter seit erster Sekunde bei mir. Kuss geht raus. Zu Mighty muss ich sagen, gucke ich mir auch viele Videos an. Manche Videos muss ich sagen, die sind mir dann doch ein bisschen zu langweilig. Oder auch dieses Mighty's Montag oder diese News halt. Das interessiert mich nicht so krass. Aber gerade wenn es hier um so Videos geht, um Meinungsblogs direkt geht, bin ich halt gerne am Start. Gerade wieder zu Pukki auch ganz gut. Bei mir kam ja jetzt auch ein Video zu Pukki raus. Mimi ist zu inaktiv, aber stabiler YouTuber. Minermorsel macht ganz gute YouTube-Kacke. Mighty's App macht ganz gute Musik. Ich muss aber sagen, also es kommt immer drauf an auf den Track. Also es ist halt wirklich außergewöhnliche, es ist wirklich relativ einzigartig, diese Stimme und dieser Rap-Stil, wie er rappt. Finde ich aber ziemlich gut und hat auf jeden Fall was. Ist auf jeden Fall krass, wie viele Abonnenten er hat, weil man muss halt einfach sagen, eigentlich hat er auf seine Videos, auf seine Musik nie über krass viel Reichweite bekommen. Also hier mal, na gut, 20.000 Aufrufe, aber das gab auch mal Zeiten. Der hat ja unter 10.000 Aufrufe. Mittlerweile ist es wahrscheinlich schon ziemlich gestiegen und er hat eine ziemliche Fanbase aufgebaut zum Teil. Das ist ja ganz gut. MontanaPlate brauche ich nicht viel zu sagen. Er macht gute Videos, zumindest auf seinem Hauptkanal. Sein SpontanaPlate-Kanal habe ich nicht abonniert, weil mich interessiert Gaming-Zeug nicht. MrWissen2Go ist ein sehr stabiler Kanal, was darum geht, was die Politik anbelangt. Ich finde es sehr, sehr interessant. Der zeigt sehr gute Dinge auf. Und ja, also das Video muss ich mir definitiv noch reinziehen. Und das ja wahrscheinlich auch, kann man wirklich nur empfehlen. Nebelnig ist inaktiv. Need2Know habe ich mir sein neuestes Video noch nicht angeguckt. Sein Comeback-Video. Aber ist an sich eigentlich ein stabiler Typ. Ich gucke mir aber, wie gesagt, so dieses Autotuner, so diese Art von Videos. Feiere ich nicht brutal, muss ich wirklich sagen. Ja, Paulier stabiler Typ. Also Blointer macht von der Bearbeitung seiner Videos her, macht er so kranke Videos, feiere ich extrem. Deswegen habe ich mir den direkt reingezogen, abonniert, mir gefühlt alle Videos angeguckt. Ich muss aber sagen, das Video fühle ich hier nicht ganz so. Dieses Prinzip Hate im Deutschrap habe ich wirklich nicht so gefühlt. Und dann wie er halt Loredana übel verteidigt, obwohl Loredana halt wirklich der größte Schmutz auf Deutschrap ist. Er hat er übel verteidigt, hat er gesagt so, ja, hier, die Disliken nur aus Prinzip oder die Haten die nur aus Prinzip. Nein, Loredana ist einfach ein Abschaum in Personen. Die zieht irgendwelche Leute, die zieht einfach Rentner ab mit über 700.000 Euro. Ne Loredana macht wirklich nur Kacktracks, wirklich, die macht nur Scheiße. Und das wird halt auch noch gefeiert und die hat über 2,7 Millionen Abonnenten auf Instagram. Sorry, aber da muss ich halt komplett los. Und wie man sowas verteidigen kann, Alter, da habe ich auch aber sowas von Instant 5 Dislikes draufgegeben, gefühlt. Ne, ich würde auch gern nochmal Disliken. Warte, ganz kurz, ich muss dringend nochmal Disliken. Das war so argumentativ schlecht. Er hat dann gesagt, ja, aber den Casey Rebel und so weiter, den feiert ihr. Nein, den Casey Rebel feiere ich auch nicht. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich eine Loredana nicht mögen muss. Also, muss ich persönlich sagen, war für mich persönlich von Blointer das schlechteste Video. Real Talk jetzt. Podcast war mal eine Sache zwischen dem Kumpel und mir, zwischen AIMTY und mir. Wir haben viel geredet, muss ich aber sagen, krass viele Aufrufe, ne? Alter, wir haben für einen Podcast krass viele Aufrufe. Übel, heftig. Das hat alles so über 500 Zuschauer, Alter, das ist krass. Warum haben wir das nicht weitergemacht? Wir wären echt erfolgreich gewesen. Ja, Reptake macht immer mal ganz gute Meinungsblogs. Und gucke ich halt gelegentlich vorbei, je nachdem, ob mich das Thema interessiert. Ja, ansonsten noch Reportagen gucke ich mir gerne an. Das ist ein geiler Typ. Auch hier ist ein zweiter Kanal. Gucke ich mir ab und zu an. Muss ich sagen, gucke ich mir jetzt nicht wirklich jedes Video an. Das FAQ-Video wollte ich mir eigentlich angucken, habe ich aber noch nicht ganz geschafft. Ansonsten, ja, geht schon fit. Also das hier habe ich noch nicht ganz geschafft. Das habe ich mir angeguckt, ne? Wie gesagt, solche Real Talks-Sachen feiere ich. Rezo schaue ich kaum an. Aber ich habe tatsächlich zuletzt mit Rezo über Instagram geschrieben, dass er mich doch zu Nindo mit hinzufügen könnte. Hat er übrigens auch gemacht. Ich bin jetzt bei Nindo verfügbar. Sehr wilde Sache und nice, dass er mir zurückgeschrieben hat. Beziehungsweise, dass er mich angeschrieben hat. Richtiger Kevin macht halt auch sowas wie die Crew. Kann ich nichts Negatives sagen. Cooler Typ. Rob Bubble macht immer mal ganz informative Videos. Kann man sich geben. Ist jetzt aber nicht immer das Überheftigste. Kommt immer drauf an, so wie das German Influencer war. Juckt mich halt gar nicht. Robophace ist noch ein ganz junger Meinungsblocker oder ganz neuer Meinungsblocker. Das ist Mo. Ist auch ein Supporter von mir. Kurs geht raus. Ja, kann man sich auf jeden Fall geben. Von der Arbeit, wie er die Videos aufbereitet ist, ist nicht schlecht. Rosines Restaurant habe ich mir eine Zeit lang mega oft angeguckt. Mittlerweile habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Muss ich noch einiges nachholen. Simplicissimus ist ein sehr, sehr geiler Kanal. Das ist halt DaVinci 2.0. Ja, aber das Video auch wieder mega gut gewesen. Oder auch das Broking-Video hat mir richtig viel Spaß gemacht. War richtig gut. So, Strato macht Meinungsblocks. Äh, macht Meinungsblocks, sage ich. Macht YouTube-Kacke. Ist ganz gut. SDRGF sind Dokumentationen, die da kommen. Finde ich, oder ja, doch schon Dokus. Finde ich sehr spannend. Kommt immer drauf an, was es natürlich für Videos sind. Aber ich finde, solche Videos halt echt spannend. Gucke ich mir gerne an. Dann Threaty Goal. Ja, der nimmt halt so die FIFA-Szene immer mal so ein bisschen hops mit irgendwelchen Ausschnitten. Finde ich ganz lustig gestaltet. Tanni ist ein sympathischer Typ. Teilzeit-Rektor macht keine Videos. TerraX-Lech habe ich mir eigentlich bloß abonniert durch Harald Lech. Der immer mal ganz gut Dinge aus dem Universum erklärt. Ja, also, wenn mich irgendwas interessiert, dann gucke ich mir das gerne bei ihm an. Weil der Typ hat halt Ahnung des Jahrtausends. Ein geiler Typ einfach. Ja, Tomatolix macht ja auch ab und zu mal solche Reportagen. Oder Experimente. Nice Sache, muss man einfach so sagen. Hier, das passiert, wenn du Heroin nimmst. Das wollte ich mir noch angucken. Ist bestimmt ein sehr spannendes Thema. Ton verändert habe ich abonniert. Muss ich aber sagen, die Videos gucke ich mir jetzt nicht so oft an. Einfach aus dem Grund, dass ich es einfach nicht fühle. So, keine Ahnung. Das ist so, das ist einfach nicht mein Humor. Real Talk jetzt. Also, in manchen Videos finde ich gar nicht so schlecht. Aber in manchen Videos, also, das ist halt so, weiß ich nicht. Also, das ist absolut nicht mein Humor. Aber trotzdem, von der Person her, ist ein sehr guter Typ. Ulti ist wirklich, der macht viel Nintendo-Zeug. Megastarker Kanal. Wirklich mega, mega guter Kanal. Kurz vor den 100.000 Abonnenten steht er. Hat er sich natürlich auch verdient. Ich muss sagen, den Aufwand, den er da reinhaut. Boah, wilde Sache. Ist auch ganz oft live auf Twitch. Ultralativ, guter Kanal, muss ich sagen. Aber schaue ich mir ziemlich selten an. Ich weiß auch nicht, mich juckt das nicht ganz so, was sie erzählen. Ja, ungespielt. Keine Ahnung. Also, gucke ich auch eher selten an. Nur mal, wenn er auf was ganz Interessantes reagiert. Unholy gucke ich mir mittlerweile relativ gern an. Kommt immer drauf an, zu welchem Thema er spricht. Aber jetzt so die letzten Videos habe ich mir, glaube ich, fast alle reingezogen. Außer halt das hier. Aber sonst auch stabiler Kanal. Der wächst ja momentan auch ziemlich gut. Irgendwo auch verdient. Unsympathisch TV schaue ich mir nur gelegentlich an. Also, nicht so oft. Also, vielleicht so jedes fünfte Video. Aber krass, was der an Reichweite bekommt. Waspelt gucke ich mir an sich. Tatsächlich wirklich fast jedes Video. Ich muss aber sagen, ich finde seinen Humor jetzt auch nicht so mega krass. Also, es macht nicht so viel Spaß, dann die Videos sich auf Dauer reinzuziehen. Aber jetzt mal so beiläufig. Immer mal ein Video, was jetzt mal sieben oder acht Minuten geht. Ist entspannt. Muss ich wirklich sagen. Und er hat auch seinen Hype verdient. Kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Vic. Also, ich finde aber bei Waspeln, ich finde ihn halt relativ unauthentisch. Ich glaube, deswegen schaue ich den jetzt nicht so oft an. Beziehungsweise so gern mehrere Videos aneinander. Vic hat fast eine Million Abonnenten mittlerweile wieder. Er macht halt das, worauf er Bock hat. Das merkt man halt auch. Ich muss sagen, ich gucke mir ja die Videos an, wo er so ein bisschen Real Talk spricht. Oder wo er selber so ein bisschen was zu irgendwas erzählt. Also, das macht dann Spaß. Aber sonst so zu Gaming-Sachen bin ich nicht weiter am Start. Ich bin manchmal am Livestream, aber am Start bei ihm. Ja, dann haben wir noch World Wide Wohnzimmer. Ganz cooler Kanal. Gucke ich mir halt, je nachdem an, was für YouTuber dort sind. White Titty auf Nostalgie-Basis immer noch abonniert. Und CEO ist ein cooler Typ. Gucke ich mir jetzt nicht jedes Video an, aber man merkt einfach, dass der halt das komplett aus Leidenschaft macht. Und er hat da schon viel Freude dran hat an YouTube. Deswegen, Kuss geht raus auch an CEO. Also, sehr stabiler Typ, macht auch viele Livestreams und ja. Genau, das war jetzt ungefähr so meine Liste von den Leuten, die ich abonniert habe. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, was eure Lieblings-YouTuber sind. Und ja, ich möchte das Video gar nicht mehr weiter strecken, weil es sind einfach 33 Minuten. Das wird ein 10 Jahre langer Upload. Deswegen mache ich jetzt Schluss. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Ich denke euch an das Wängchen. Euer Alpha Kevin und ciao.